Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir sind in der letzten Folge hier aus dem Schrein rausgekommen, den wir erfolgreich gelöst haben und haben dadurch eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar hier unsere Ultrahand, mit der wir nun Dinge greifen können. Wir sehen von hier aus schon, was potenziell da hinten alles greifbar ist. Und wir werden uns jetzt auch in die Richtung da begeben und einfach mal gucken, wie wir weiter vorankommen. Denn da hinten, dieses lilane Leuchten, was man sieht. Nein, falsche Taste. Das ist da. Das ist unser nächster Punkt. Da ist der nächste Schrein, der auf uns wartet. Und da wollen wir hin. Das sieht nicht sehr sicher aus. Was? Hör! Guck, sie hat. Okay. Was ist das da drüben? Irgendwelche alten Ruinen. Das ist alles sehr ruinig hier. Hier kommt man runter. Ich glaube, hier sind wir vor ein paar Folgen hochgekommen. Haben wir da drüben schon? Nee, ne? Da kämen wir theoretisch rüber. Ich weiß nur nicht, ob es da was Interessantes gibt, das wir haben möchten. Im Prinzip her erst mal nicht. Zumindest das, was ich gerade sehe. Gut. Dann basteln wir uns jetzt hier eine Möglichkeit, rüber zu kommen. Das ist wieder so eine Stange zum Gleiten, ne? So kämen wir natürlich auch rüber, aber ich weiß, ob sich da noch was befindet, was wir haben wollen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Okay, pass auf. Wir schnappen uns erst mal das Ding. So, warte mal. Wie war das jetzt? Drehen ist eher. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Nee. Äh. So. Und bei? Nee, es würde, glaube ich, mehr Sinn machen. So. Und für. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hinten die Klippe runterfalle. Hier jetzt gleich seitlich. Das wäre... Belastet. War ich das schon, um da rüber zu kommen? Vielleicht. Vielleicht. Das mit dem Verbinden ist schon irgendwie sehr cool. Aber das wird noch lustig werden mit mir. Ups. Sind wir drüben? Weiß es nicht. Ich lass mal los. Ja. Sehr gut. Ich bin echt so... Müssen wir da noch rüber? Wollen wir da rüber? Ich glaube, da ist aber nichts. Ist hier unten noch was? Nö. Hier sind wieder ein paar Türen, die man da aneinander kleben kann. Also hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich hoffe... Ich hoffe, ich will meinen Gleitschirm zurück... Da hätte man sich definitiv eine Rutsche bauen können. Aber jetzt hier springen und runtergleiten, ne? Das... Nee, wird so schön. Möchte ich nicht mehr missen, dieses Feature. Was ist das da hinten? Das ist der Vulkan, oder? Nee. Ein Wirbelsturm? Auf jeden Fall nicht gut aus. Hübsch. Sehr hübsch. Gut. Was gongt hier? Nein. Ich wollte runter. Oh, ich frage mich, ob es hier auch wieder einen Blutmond gibt, ne? Über den ich mich dann 10.000 Mal aufregen kann. Stimmt. Ich finde, klettern tut er jetzt schneller, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, was bist du? Du bist ein Helferchen? Oder ist das der Helfer, bei dem wir schon waren? Nee. Waren wir definitiv noch nicht. Oh. Hi. Was machst du denn hier? Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen. So ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Okay. Ein Holzpündelchen. Haben wir noch? Eine Energiesphäre. Sehr schön. Holzbretter zum Zusammenkleben. Und du erklärst mir wahrscheinlich, wie man Bäume fällt. Den Blick nach vorne richten immer gerade darauf zu... Hm? Verzeihung. Ich war ganz vertieft in meine Holzfahlarbeiten. Bist du auch gekommen, um Bäume zu fällen? Eigentlich nicht, nein. Ah, Verzeihung. Oder die Rutschbahn angekommen. Okay. Haben wir noch eine Axt? Also das können wir uns mal merken, falls wir überhaupt jemals wieder hier hinkommen werden. Jetzt können wir gucken, wie wir da rüberkommen. Ich schätze mal, wir schnappen uns einen Stamm. Und legen ihn hier einfach mal rüber. Wenn er nicht zu kurz ist, was ich gerade so ein bisschen mitbüchte. Ah, das könnte zu kurz sein, ne? Dann müssen wir gleich wieder Klebe-Matschi-Matschi machen. Verbiegen. Sehr gut. Sehen wir, haben wir gleich wieder Klebe-Klebe. Verbiegen. Reicht das schon, um da rüber zu kommen? Ich habe so ein bisschen Angst. Okay, wir können nicht da runterfallen. Das ist ganz gut. Mal diese Gefahr abzurutschen. Okay, haben wir geschafft. Wir haben ein kleines Flüsslein. Da hinten kommen wir auch aktuell so noch nicht drauf. Okay, aber wenn wir natürlich jetzt mehrere Sachen aneinander pappen, dann kommen wir da auch hin. Äh, was bist du? Okay, wir können nicht bewegen. Aber ich glaube nicht, dass du so hältst, ne? Vielleicht. Das könnte eventuell auch abstürzen. Das einfach hier hinstellen, finde ich auch sehr riskant. Wenn nicht das uns das Flöten geht, ne? Für irgendwas wird das doch nötig sein. Was ist dafür da, um da rüber zu kommen? Oh, da ist eine Kiste. Da will ich hin. Oh, da bist du... Oh, da bist du... Hast du das Brückenelement für da? Kannst du auch sein, ne? Ne... Das ist, glaube ich... Ich habe das Feeling, dass da die Brücke reingehört. Ich nehme nie mal mit. Schau mal, wir legen mal den Baumstamm hier hin. Oh. Nein. So war das nicht geplant, Link. Und nehmen uns die Brücke hier mit. Versuchen die jetzt hier mal rein zu zimmern. So rum. Schade, das hätte passen können, ne? Wie hatte sich das dann noch angefühlt? Äh, wenn wir das Ganze vielleicht drehen? Auch nicht. Okay, gut. Dann wirst du nicht für diese Lücke bestimmt gewesen. Dann lege ich dich mal vorsichtig hier wieder ab. Das schwebt? Oder habe ich es jetzt am Baum angebracht? Ah! Kann schweben. Dann ist es vielleicht doch hierfür gedacht. Fuck. Der Abstand ist weit, ne? Ich kenne mich. Nein, nimm doch nicht immer die falsche Taste. Ich dreh es nochmal. Fühle ich mich dann doch sicherer. Bis den Abstand angeht. Hör mal diese Panik. Gut. Ja, das wusste ich nicht, dass das Ding schweben kann. Nehmen wir natürlich. Und kriegen eine Schiengetruhe zum Looten. Und hier bestimmt noch ein Energieding. Wunderbar. Na, mach auf. Ein Bärensteinchen. Nix. Nein, hör doch auf. Link, hör doch mal auf, überall hochklettern zu wollen. Hinter noch was? Ne, ne? Nö. Gut, dann geht es wieder zurück. Und wir versuchen weiter in Richtung Schreien zu kommen. Kann man hier runter gucken und sehen, wo wir uns ungefähr befinden? Oh, guck mal, wie tief das da runter geht, ne? Alter Verwalter. Ich möchte so gerne da runter die alten Gebiete erkunden. Die Sachen, die wir halt alle schon kennen. Was leuchtet denn da so rot? Ah, so sehen wir es nicht, ne? Außer ich gehe jetzt halt an die Kante ran und bringe mich um. Gut, lasse ich lieber. Ich kenne mich. Das wird nicht gut ausgehen. Brennt noch ein Feuerchen. Da ist auch wieder so ein kleiner Helferdut. Sehr schön. Was hast du für Tipps für mich? Psst. Still. Ich jage. Oh, der hat einen Bogen. Du jagst? Exakt. Ich jage wild. Das ist in diesem Walde haust. Moment. Ich habe ich noch zuvor noch nie getroffen. Ich habe Sprachschwierigkeiten. Dann irre gut zu. Eine Aufgabe von uns Konstrukten ist es, Leuten wie dir Sachverhalte zu erklären. Deshalb solltest du auch andere Konstrukte ansprechen. Sie werden dir deine Fragen beantworten. So, nun zum Punkt. Bei der Jagd erlangt man Wildtier, die zum Beispiel die, die hier im Wald leben. Das Fleisch von Wildtieren ist für organische Lebewesen ausgesprochen nahhaft. Jedoch sind sie auch furchtbar scheu. Wer jagt, darf keinen Ton von sich geben. Vor Pirchen im Ducken ist das A und O für eine lautlose Jagd. Ja, ich weiß, wie man sich duckt. Pfeil und Bogen sind ideal, um aus der Ferne anzugreifen. Um schlauestens ist es, auf Schwachpunkte der Beutel zu zielen. Hier in der Nähe sollte ein Bogen sein. Ich schenke ihn dir. Du damit, was du möchtest. Ja, ein alter Holzbogen. Äh, Wette gedrückt halten, zielen und loslassen, ich schießen. Ich glaube, das ist auch normal. Wie damals. Wir haben endlich Pfeil und Bogen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. I like. Oh, nix dran. Nö. Nada. Haben wir noch was Schönes? Wir müssten mal langsam in Richtung neuen Schreien kommen. Ja, aber ich will alles hier erkunden. Alles. Ich frage mich, ob das hier echt alles Teleportationspunkte sind. Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, aber irgendwie schon. So, warte mal. Wo ist denn das Wild? Ach, da. Nein, es ist nicht tot. Ich werde dich erlösen. Bleiben Sie doch stehen. Warten Sie doch. Oh, okay. Dann halt nicht. Ich hätte dich jetzt erlöst von deinem Schmerz. Oh, was wir jetzt gucken können. Ah, ich habe gedacht, vielleicht ist das wie das Magnet-Tool, dass jetzt im Wasser irgendwelche Kisten sind, die wir damit hätten aus dem Wasser ziehen können. Aber so ist es leider hier nicht. Okay, es geht da rüber weiter. Hier war, glaube ich, mal eine Brücke. Aber schwimmen ist ja nicht das Ding. Dann springen wir mal direkt ins kühle Nars. Ah, das ist so schön, ne? Auch wenn, klar, die Switch jetzt nicht die beste Grafik hat, ne? Müssen wir nicht drüber streiten. Ist allen, glaube ich, bewusst. Verteidigung notwendig. Oh Gott. Ähm. Ist das Spiel doch trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Geh, fahr. Los. Oh, da hätte ich was sammeln können. Hey, was ist los? Das wird schmecken. Da bin ich sicher. Bitte verzeih meine Unaufmerksamkeit. Ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich noch nie getroffen. Dann lass mich eine Sache erläutern. Wir Konstrukte erfüllen diverse Funktionen. Dazu gehört, Leuten wie dir alles Mögliche zu erklären. Ja, das weiß ich mittlerweile. Dankeschön. Wenn du Fragen hast, wende dich an ein Konstrukt. Wir werden sie stets beantworten. Also, möchtest du mehr über das Kochen erfahren? Nein, danke. Das Kochen erlaubte, unseren Erschaffern zu Kräften zu kommen und Medizin zu brauen, die sie auf vielerlei Art stärkte. Es ist ein wesentliches Ritual des Lebens. Sag, falls ich dich mehr lehren soll. Okay, dankeschön. Aber wie man kocht, das weiß ich. Danke. Das kenne ich. So. Oder haben wir noch so ein Statuten-Ding? Nehmen wir noch mal mehr Energie. Das ist ganz gut. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber wir haben sie. Ne, das bringt nichts. Ich hatte doch Nächste. Ja, jetzt! Pfeiler! Nein! Sofort ich immer wieder an den Punkt komme und mir denke, ich habe keine Pfeiler. Äh, wo mussten wir denn hin? Wir sind hier schon gar nicht so schlecht, ne? Ich will noch gucken, was da oben ist. Da müsst ihr halt mit leben, ne? Ich habe jetzt gestern Abend noch in so ein, zwei Videos reingeguckt, so vom Anfang, also wo andere Leute das Spiel gespielt haben. So diesen, diesen Anfang halt. Ähm, ich sag mal so die, die ersten drei, vier Folgen, drei Folgen, meines Let's Plays lang ungefähr. Ausdauerknolle. Oh, die dicke Wurzel einer Wildpflanze aus kühleren Gefiedern. Dank der darin gespeicherten Nährstoffe erhält sie das Kochzutaten die Ausdauer. Ähm, ne, aber so, ne? Wo dann so, ja, hier die erste Stunde in, äh, in Breath of the Wild und so. Ja, die haben, also ich habe dann irgendwann halt abgebrochen, das Video, weil die schon weiter gewesen wären, als ich jetzt mit fast zwei Stunden Spielzeit. Ich gucke mir halt alles sehr gründlich und genau an, ne? Ich schaue mich halt um, wo viele andere doch dann auch am Anfang durch diese erste Höhle da, durch den ersten Schrein da oben im Himmel, wirklich durchgerannt sind. Bidi Gonzales mäßig, wo ich mir dachte, ey Leute, guckt euch doch erstmal um, genießt doch das Spiel. Nein, da wird direkt Hardgas gegeben. So, ein Ausdauerling, die kennen wir auch schon. Hier ist wieder irgendwie eine Rutschbahn. Äh, damit können wir da rüber und von da können wir dann wieder hier auf dieses Plateau. Willst du meinem Freund? Oh, müssten wir den dann da rüberbringen? Ist das schon mal eine erste kleine Mini-Sidequest? Hallo, kann ich dir helfen? Warte, liegt hier was? Nee. Hi. Wer bist du? Was ist los? Ein Krok. Oh nein, oh nein, oh nein, wo ist nur mein Freund? Hm? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krok, also ein Waldgeist und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Ja, es war mir klar, dass ich dich darüber bringen muss. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchzeichen geben, schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen? Aber ich bin so erschöpft. Ich kann mich kaum bewegen. Oh. Aber kleiner Krok, wir helfen dir. Pass auf, wir bauen jetzt eine schöne, coole... Ja, ist gut. Ich baue jetzt eine coole Rutsche. Und die nehmen wir dann zusammen. So, pass auf. Dafür machen wir hier mal die beiden Holzis aneinander. So richtig schön matsch. Also irgendwie liebe ich es bis jetzt. Diese Funktion. Aber das wird safe. Alles noch komplexer und komplizierter. Bevor ich dann wiederum Angst habe. Nee, das muss schon so und dann... Äh... Wieso drehst du dich so komisch? Äh... Das finde ich gerade sehr uncool. Zurücksetzen. Vertika... Sehr gut. Nein. Steuerung. Nee, ich habe Steuerungsprobleme. So, warum? Vielleicht sollte ich einfach den anderen nehmen. Und das Spiel das vielleicht sagen. Du bist genauso blöd, ne? So, nee, warte. Ah, oh Gott, das ist ja... Polizient kompliziert gemacht. Okay. Okay. So, jetzt ist die Frage, mein Kleiner, ne? Muss ich dich jetzt greifen und da drauflegen? Ja, ich kann dich greifen. Komm mal her. Nein, komm doch mal her. Warte, 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 warte. Wobei, ich kann dich ja auch... Ich will zu meinem Freund. Ja, warte doch. Guck mal. Ich setze dich hier vorne hin. Dann siehst du, was passiert. So, verbinden. Matsch. Und jetzt hängen wir das Ganze da dran. Aha. Und ich springe hinten mit drauf. Dann fahren wir zu deinem Freund rüber. Was sagst du dazu? Warte, ich will hinten nochmal. So. Hui. Ich mag das, ne? Das ist voll gut. Wird gelandet. Gucke an. So, pass auf. Und jetzt? Will ich ja nur dich haben. Wibbel, wibbel, wibbel. Ich nehme das erstmal hier runter, bevor es gleich ganz kaputt geht. Ja. Nice. Ich wollte ja nur dich haben. Ja. Endlich wieder zusammen. Uff. Ah, da bist du ja. Du hast meinen Freund hergebracht. Danke. Viel habe ich nicht, dass ich dir geben könnte. Aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Ja. Zweckrocksamen. Unsere ersten Krocksamen. Wuh. Tschüssi. Ja, nice. Ach, wie süß. Wie cool. Also, wenn das so die neuen Krog-Rätsel sind, ne? Finde ich auch mega gut. Anstatt immer dieses, ja, heb mal einen Stein hoch. Mach mal ein Puzzle an der Wand. Also, ich kann mir vorstellen, dass es die trotzdem noch geben wird. Aber die Art von Rätsel finde ich auch sehr mega lustig. Jetzt gucken wir, hier oben haben wir noch mehr Möglichkeiten. Irgendwie hakentechnisch was zu gestalten. Okay. Aber, wie wir von dieser Insel wieder runterkommen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ist da was? Ne. Da wären wir nämlich... Ja, ich denke mal, eigentlich könnten wir das Gefährt benutzen, was wir hier schon hatten, ne? Um da dann runterzukommen. Und dann, äh... Gucken wir einfach mal weiter, was das Ganze hier noch für uns bereithält. Da hinten ist der Schrein. Ich denke mal, da werden wir auch in der nächsten Folge dann ankommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.